Der nächste Bereich mit Einräumen ist heute dran. Und damit ein wunderschön herrliches Willkommen. Hier sieht eigentlich noch relativ leer aus. Aber da wird sich hier nach und nach ändern. Und da sag ich, ich räume hier alle ein. Und dann zeige ich euch am Ende kurzer Endprodukt. Viel Spaß! Hier hinten sind die ganzen Stative von mir vertreten. Lassen wir mal hier. Das war's. Wollt ihr den ganzen Tag? Jedenreisen mit dem Kursch. Die Augen kommt natürlich. Ich bin glücklich, dass der Strache ist. Ich bin glücklich, wenn du schlafen. Das ist glücklich. Das ist ein guter. Fertig. Man kann jetzt mit diesem Tag stecken. Wir sind soweit fertig. Ich nehme euch gleich mal mit. Hier ist ein bisschen durchmischt, aber ich habe geschaut, dass er schon da, wo er hin soll, auch hin soll. Natürlich ist aber hier nicht alles genau derordnet, weil das würde ich einfach nicht Plasttechnik schaffen. Ne, Stative, Ladestationen, dann eigentlich so Stecktonleiste, Verbindungssysteme. Hier Schwebestative, ein bisschen Audio-Material und Airschilder. Ähm, Mikro, Mikro, noch ein Stativ. Bis zum 29.12. habt ihr die Möglichkeit, am Tag 24. das Lösungswort dieses Adventskalender reinzuschreiben. Daher, diesmal ist das alles Zahlen, was ihr finden mögt. Jede Zahl ist ein Buchstaben. Als Gewinn wieder eine wunderschöne Tasse. Ein paar kleine Süßkramwaren. Einen kleinen Gutschein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Adventskalender Gewinnspiel 2023. Hier ist eigentlich größter Audio-Equipment, ein bisschen Verbindungsmaterial. Äh, eine GoPro. Hier, dieses Pass ist noch nicht safe. Da habe ich noch kleinen Kram, das kommt dann da rein. Und unten ist dann noch Licht, ähm, Ton. Hier sind noch zwei Digitaluhren, nur von GoPro. Auf Wiedersehen vom Adventskalender. Und nimm am Gewinnspiel teil. Ähm, was echt genau ist, das seht ihr dann.